Ich kann gut vorstellen, ich kann sagen jetzt schon, dass wir die drei Stürmer zusammen auf dem Feld sehen und das ist auch eine Möglichkeit. Das ist nochmal, wir kriegen jetzt vielleicht eine tiefe, so eine gute Qualität, wo kannst du auch einfach, guckst du das Wochenende zu Wochenende. Jetzt, du hast natürlich die indische Woche, du hast noch Pokal, du guckst vielleicht schon Tagesform, ganz wichtig und dann, wenn man mehr Alternative hat, das heißt, du bist noch flexibler und im Feld kannst du da antreten und auf diesem Grund bin ich einfach nochmal, ich habe schon früher gesagt, das ist eine Ergänzung zu unseren Offensivleuten. Er ist ein erfahrener Mann, vielleicht genauso die 20, 30 Minuten, wo wir, machen wir ein bisschen Dampf oder fällt was, der letzte Tick und genauso vielleicht der Mann wird, oder läuft nicht optimal, kommt der, so eine Person zum Feld und genauso, dass die Fans sich weiter pusht und genauso unsere Jungs, ich meine die Spieler, wer steht auf dem Feld, mit Hoffnung, letzte Hoffnung, da kannst du das Spiel drehen. Das ist die Dinge hier, wo man auch im Kopf, kannst du auch so sagen, behaltest du, ja, und genauso andersrum, wenn der so weit ist und du siehst, dass er ist ohne Schmerzen, spielt da 90 Minuten, darf, kann und so weiter, da kannst du auch nur profitieren von ihm. Und ich glaube nicht schlimm ist, wenn einer von unserer Stürmer übernimmt, welche Pause oder ein bisschen da pausiert, aber pausiert heißt nicht, dass ein Monat lang und so weiter. Unsere Zukunft, jeder weiß Bescheid, welche Vertreter, ich meine Zeitvertreter, da läuft, ja, eine hat vier Jahre, andere auch vier Jahre, das sind unsere Leute, ja. Aber genauso, ich hoffe das auch, dass unsere, die Stürmer von ihm schnell wie möglich nur besser gehen und profitiert was und weiter sich entwickeln. Aber ich kann es nicht jetzt schließen, dass wir nur die von drei, nur zwei wettspielen. Vielleicht zwei sitzen auf der Bank, spielt nur ein, kann es auch so sein. Aber nochmal, nicht geschlossen, dass die drei zusammenstehen und fällt. Und dann, wenn wir uns jetzt nicht, dass die drei zusammenstehen, dass die drei zusammenstehen, dass die drei zusammenstehen,